Feste soll man feiern, wie sie fallen. Ganz diesem Leitspruch verpflichtet, bietet der Gasthof Klang im idyllischen Echsenbach ein Gastronomie-Konzept vom Feinsten. Zahlreiche zufriedene Gäste aus ganz Niederösterreich wissen von der ausgezeichneten frischen Küche und den einzigartigen Festen, zum Beispiel in dem über 400 Personen fassenden Festsaal des Traditionsgasthauses, zu berichten. Wirt Josef Klang sorgt dabei auf höchst geschmackige Weise für das leibliche Wohl. Die gutbürgerliche Küche versteht es unter anderem, mit Original-Waldviertler-Spezialitäten und saisonalen Schmankerlen kulinarisch zu glänzen. Zahlreiche Kunden nutzen zudem den exquisiten Catering-Service des Gasthofes Klang für ihre Festivitäten. Dieser begeistert durch beste Qualität und perfekte Organisation. Übrigens, wer einen längeren Aufenthalt plant, dem stehen sechs von Josef Klang selbst entworfene, komfortablen Zimmer zur Verfügung. Schauen Sie vorbei. Weitere Infos gibt es unter www.gasthof-klang.at 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 www.gasthof-klang.at